Okay, Leute, es geht weiter. Äh, Jason, nein, Jason, das ist sehr böse. Das darfst du nicht. Ach, Jason, denk nicht so viel. Nur aber weil du ein Mess im Kopf hast, denkst du, du bist jetzt cool oder was? Dreh elender Dreckskerl. Ach, komm, runter. Du! Okay, von wo kam jetzt der Stern? Aber egal. Ich muss einfach jetzt schnell rüber oder was? Ach, Mann, ich geh wieder zurück. Ich geh wieder zurück. Ich brauch diese Glocke da oben. Wie ihr wisst, ich bin dann perfekt. Oh, oh, Dracula, Dracula. Dracula. Okay, Dracula ist tot. Dracula ist tot. Denn, denn. Ich glaube, das ist auch der letzte Part. Ich will mein Computer hier nicht irgendwie überlasten mit Videos und so alles. Deswegen. Ach, Mann, fick dich. Fick dich. Ja, der letzte Part für heute. Okay, ein Regenschirm. Regenschirme greifen mich an. Ich hatte es mal erlebt, dass mich Regenschirmen angegriffen haben. Aber da gab es einen Sturm und da kam ein Regenschirm in mein Gesicht. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich auch ein anderes Mal erzählen werde. Irgendwann mal. Bei Skype. Ich Bock habe. Und. Ach du Scheiße, was ist das für eine Missgeburt? Was ist das für eine Missgeburt? Ich sage nicht, was ich gerade gedacht habe, als ich dieses weiße Teil gesehen habe. Ich sage lieber nicht. Ich sage das lieber nicht, was ich gerade gedacht habe. Und. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Und Piranha-Pflanze. Diese Teile sind sowieso sinnlos. Die kommen. Sie stecken nur ihre Köpfe raus und das alles. Und eine dicke Lippe. Was willst du? Äh, okay. Ey, was ist das denn? Bin ich jetzt gleich wieder am Ziel oder was? Das ist doch ein Witz. Das ist doch kein Let's Play mehr. Das ist. Das dauert. Das dauert doch nicht so lange. Aber was, wie lange? Ich meine, so kurz. Man. Okay, das haben wir. Und das haben wir. Und das haben wir. Und das eben so. Man. Ah, na. Ah, das war knapp. Ach, komm herunter. Ach, was habe ich jetzt gemacht? Man, ich konnte einfach durchgehen. Verdammte Scheiße. Warum habe ich ja extra dieses scheiß Lim noch geholt? Mann. Egal. Jetzt hole ich mir das nicht. Jetzt laufe ich einfach weiter. Nein, oder schwimm weiter. Und wo ist der andere Fisch hier, der oben war? Wo ist der Fisch? Hat der gar keinen Bock mehr oder was? Hätte ich verstanden. Okay. Okay, geschafft. Das. Warte, das schaffen wir doch auch noch, oder? Ja, geschafft. Boah, ich dachte schon, wir kriegen das nicht. Puh. Ach, Mann. Ich will kein Indianer sein. In Zeitlupe, bitte. Weiter. Ich bitte dich. Geh mal ein bisschen schneller. Oder schwimm mal schneller. Ach, wie soll ich jetzt da hochkommen? Ach so. Okay, komm ja, Sumo-Ringer. Und du auch, Sumo-Ringer. Sumo-Ringer. Sumo-Sumo-Sumo-Ringer. Jetzt noch einen. Okay, zwei. Mist. Egal. Das haben wir auch geschafft. Die letzte Welt. Nein, die vorletzte. Weil ich kann schon jetzt... Die Musik ist irgendwie witzig. Also, hier kommen die ganzen Goombas, die ich getötet habe. Okay. Ach du Scheiße. Arme Goombas, die ich getötet habe, kommen hierher. Und schillen mit den ganzen Geisten hier rum. Oh, ich kriege mich nicht mehr ein. Äh, gerade ist es irgendwie stecken geblieben. Goomba-Geist. Oh nein. Ich kriege mich nicht mehr ein. Oh, fick dich, du. Oh, fick dich, du Scheiß-Geist. Fick dich. Scheiß-Motherfucker. Man, ich hasse diese Geister. Die, 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 die. Ach, Mann. Ach, hier, geschafft. Mann. Ich dachte schon, ich schaffe es nicht. Und. Fall ich hier runter, oder was? Okay. Ey, das hier ist ein Witz, oder? Was ist das denn? Ey, das geht einfach zu schnell. Ich dachte, ich kann jemand Spaß haben. Und drei Leben dazu. Super. Ach, Mann. Ich bin einfach so gut. Ich dachte, ich habe keine Skills in Mario. Aber ich habe die wohl. Wenn ich die jetzt, wenn ich diese schaffe, wenn ich das so schnell schaffe, aber wartet. Okay, noch vier Minuten. Was ist das denn? Was ist das für ekelhaftes? Die Schwanz von jemandem, oder was? Äh, okay, ein Topf. Ich dachte, man kann jetzt irgendwie da hochgehen. Lauf, Mario, lauf! Und Schwänze. Wieder solche Schwänze. Was los geht, Schwänze? Äh, okay. Den hole ich mir. Ist klar. Äh, 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 lauf! Scheiß Besen, Mann! Sind die von Mickey Moss oder wer ist? Mickey Moss hat die losgeschickt. Und Jason. Jason, oder wie der noch heißt? Keine Ahnung. Äh, so. Und so. Und nochmal so. Ey. Oh. Ey, muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Scheiß, Jason, Mann. Fick dich. Ach. Hier. 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 Nochmal. Nochmal. Kopf den Keks. Super. Jetzt haben wir auch einen Geist noch vor uns. Und wir haben den Boss hier. Die, 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 die. Wartet. Okay, Leute. Es geht weiter. Ich muss ja kurz was machen. Äh, okay. Ach, du Scheiße. Achso, man muss auf die... Äh, okay. Ach, Mann. Fick dich. Mann, ich muss den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Aber das mache ich jetzt diesmal nicht. Ich gleich speichere ich noch da hinten. Mein Safestate aber richtig. Ach. Er muss sich gleich ohne Safestate arbeiten, oder was? Mann. Mann. Ja, okay. Weißes Bild, aber egal. Der... Wartet. Okay, es geht weiter. Ey. Der hat... Die Hexe hat einen Smiley. Ähm, wartet. Okay, es geht weiter. Ach. Mann. Ich beruhige dich jetzt mal. Ich beruhige mich mal jetzt und warte. Okay, es geht weiter. Ach. Was, du... Du Scheiß-Biatsch. Fick dich ins Knie. Wartet. Okay, es geht weiter. Okay, wartet. Speichern. Okay, es geht weiter. Ach, du, man kann auch hier drauf gehen. Ich habe vergessen. Okay, jetzt kommt ihr auf der anderen Seite. Oh, du... Du verfickte Hure. Fick dich ins Knie. Okay, Leute. Ich habe nachgekuckt. Wir haben noch... Wir haben noch ein paar Minuten. Nein, eine Minute eigentlich. Okay, ich will das... Ich will die jetzt noch schaffen. Geschafft. Geschafft. Sie war bisher der einzige Boss, der schwer war. Der einzige, ja. Und die Hexen haben ja auch noch geschafft. Supi. Und jetzt kommt noch die letzte Welt. Aber die kommt noch später. Super Mario. Die, 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 die. Jappi, jappi. Supi. Super Mario. Wartet. Okay. Ähm, okay. Welche Welt müssen wir da noch machen? Achso, die Nilfjord-Welt. Okay. Da gehen wir mal kurz hin und... Geh mal da rein. Aber warte. Ja, und hier beende ich den Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.